Lola Falana, der strahlende Stern der Unterhaltungswelt des 20. Jahrhunderts, begeisterte das Publikum mit ihrem unglaublichen Talent. Aber ihr Weg zum Ruhm war nicht nur Glanz und Glamour. Auf dem Weg nach oben stieß Lola auf einige mysteriöse Hindernisse. Begleiten Sie uns, während wir tief in die fesselnde Geschichte von Lola Falana eintauchen. Nummer 10 Frühe Jahre Lola Falana, geboren am 11. September 1942 in Camden, New Jersey, wuchs in einem lebendigen Haushalt als drittes von acht Kindern auf. Ihr Vater, Bennett Falana, brachte eine einzigartige Mischung aus afrokubanischer Herkunft und Erfahrung als US-Marine in die Familie. Lolas frühe Jahre zeigten ihr natürliches Talent für Auftritte. Sie tanzte mit drei Jahren und sang selbstbewusst im Kirchenchor mit fünf Jahren. Ihre Mutter, Cleo, erkannte Lolas Potenzial und brachte sie kühn dazu, in Nachtclubs aufzutreten und legte so den Grundstein für einen aufstrebenden Star. Trotz Herausforderungen, einschließlich des Umzugs der Familie nach Philadelphia, blieb Lola ihrer Leidenschaft treu und balancierte Schule und Auftritte in örtlichen Nachtclubs. Nach dem Abschluss der High School stand Lola vor einer entscheidenden Wahl. Trotz Bedenken ihrer Familie folgte sie dem Ruf der hellen Lichter von New York City, um eine Musikkarriere zu verfolgen. Dies markierte den Beginn ihrer außergewöhnlichen Reise, die vom Leben auf den Straßen von Campton zu den unbegrenzten Möglichkeiten von New York führte. Ihr mutiger Schritt war nicht nur das Verlassen des Elternhauses. Es war ein entscheidender Schritt in eine Welt, in der sie ihr Handwerk verfeinern, Herausforderungen meistern und die Grundlage für die legendäre Karriere legen würde, die auf sie wartete. Lolas Geschichte ist eine von Durchhaltevermögen, Talent und der unerschütterlichen Unterstützung einer Familie, die an ihr Potenzial glaubte und ihre Wahl in den Grundstein ihrer bemerkenswerten Karriere verwandelte. Nummer 9 Karriere hebt ab Lola Falanas Karriere hob nach ihrem Umzug nach New York City ab. Mit nur 16 Jahren eröffnete sie für Dinah Washington in Philadelphia und weckte das Interesse von Sammy Davis Jr. Unter seiner Mentorschaft schloss sie sich der Besetzung des Broadway Musicals Golden Boy von 1964 an und läutete damit den Beginn ihrer professionellen musikalischen Reise ein. Lolas Debüt-Single My Baby – B.I. Mercury Records im Jahr 1965 markierte einen Durchbruch, gefolgt von Aufnahmen für das Label von Frank Sinatra. Davis Jr. trieb sie weiter in die Filmwelt mit einer Rolle in »Ein Mann namens Adam« 1966. Lola tourte mit Sammy, beeindruckte das italienische Publikum und sorgte in der italienischen Filmindustrie als »Black Venus« für Aufsehen. Ihr Hollywood-Debüt in »Die Befreiung von L.B. Jones« brachte ihr eine Golden Globe-Nominierung ein. Lola durchbrach Barrieren, trat in Werbespots für Fabergé Tigresse Parfüm und Playboy auf. Im Fernsehen war sie in Shows wie »The Joey Bishop Show«, »The Hollywood Palace« und »The New Bill Cosby Show« zu sehen. Ihr Broadway-Erfolg setzte sich mit einer Tony-Award-Nominierung für »Dr. Jazz« und dem Theater »World Award« von 1975 fort. Lola war unaufhaltsam und durchbrach Barrieren als erste schwarze Frau in Fabergé-Verbespots, posierte für Playboy und erhielt Anerkennung für Tanz, Gesang und Comedy. Ihre Popularität erreichte neue Höhen und festigte Lola Falana als einen Namen, der in jedem Haushalt bekannt war. Nummer 8 Ein goldenes Ticket Lola Falana war das goldene Ticket im Show-Geschäft, das hohe Einschaltquoten und faszinierte Zuschauer überall garantierte. Über das Beleuchten von Bühnen hinaus fügte ihr Talent Filmen eine lebendige Dimension hinzu, indem sie jede Rolle zu einem Meisterwerk von Leidenschaft und Engagement machte. Lola, eine Modé-Ikone, gewann nicht nur Kritikerlob, sondern auch eine Legion von Fans, die ihre Stiläußerungen bewunderten. Unter dem Glamour war ihr Erfolg das Ergebnis harter Arbeit, Widerstandsfähigkeit und unerschütterlichen Selbstglaubens. Lolas Einfluss erstreckte sich über die Unterhaltung hinaus. Sie wurde zum Vorbild, besonders für junge schwarze Frauen, die ihre Träume widerspiegelten. Trotz Herausforderungen begegnete Lola ihnen mit unglaublicher Stärke, stand fest in ihrem Glauben und ihren Werten. Nummer 7 Eine Meisterin der Emotion Lola Falana überstieg die Unterhaltung und wurde zu einer inspirierenden Figur, die das Show-Geschäft mit Anmut und Authentizität navigierte. In den 1970er Jahren brach sie Rassen- und Geschlechterbarrieren, tauchte in die Musik ein und beherrschte die Kunst des Geschichtenerzählens durch Melodien und Rhythmen. Lolas Stimme, sei es in gefühlvollen Balladen oder energiegeladenen Disco-Tracks, besaß die magische Fähigkeit zu bewegen, zu inspirieren und zu unterhalten. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms zierte ihr Auftritt Plakatwände, Magazin-Cover und Medien und Lola wurde zum Symbol für Triumph und Glamour. Ihre Aufführungen wie das Meisterwerk eines Dirigenten fesselten das Publikum mit einem Blick oder einer subtilen Geste. Inmitten ihres Erfolgs ereignete sich ein bedeutendes Ereignis, das einen bleibenden Eindruck auf ihre bemerkenswerte Reise hinterließ. Nummer 6 Das Rätsel der Toe-Night-Show Das Rätsel um das Verschwinden von Lola Falana aus der Toe-Night-Show, moderiert vom legendären Johnny Carson, bleibt rätselhaft. Spekulationen gibt es reichlich, einige deuten auf einen Zusammenstoß zwischen Lolas Charm und Carsons Witz hin. Politische Differenzen im gesellschaftlich aufgeladenen 70er Jahre oder ihre Verbindung zum Feind von Carson, Wayne Newton, wurden in Betracht gezogen. Die sozialen Dynamiken von Hollywood und potenzielles Drama hinter den Kulissen werden ebenfalls als Erklärungen vorgeschlagen. Einige glauben, dass Lolas aufstrebender Ruhm als starke schwarze Frau in einer überwiegend von weißen Männern dominierten Branche etablierte Normen verunsichert haben könnte. Die wahre Geschichte, hinter dem Glanz und Glamour verborgen, entzieht sich den Klatschspalten. Lolas Abschied von der Toe-Night-Show bleibt ein Rätsel, das uns dazu bringt, über die unerzählten Facetten der Hollywood-Intrigen nachzudenken. Was, denken Sie, ist wirklich passiert? Es gibt eine kuriose Episode, die Lola Falana und ihren Auftritt in der Toe-Night-Show mit Johnny Carson betrifft und möglicherweise Licht auf ihr plötzliches Fehlen in der Show wirft. Der Legende nach traf Lola für das Interview eine ziemlich gewagte Modeentscheidung, nämlich ein durchsichtiges Oberteil. Diese Wahl schien Carson aus der Fassung zu bringen und führte zu einem Interview mit unangenehmen Austauschen und einem spürbaren Unbehagen. Die Show selbst hat nie offiziell zu dem Vorfall Stellung genommen, aber diejenigen, die zuschauten, konnten die Missbilligung förmlich auf Carsons Gesicht geschrieben sehen. Diese Situation wirft die Frage auf, könnte dieser modische Fehltritt tatsächlich der wahre Grund für Lolas Ausschluss aus der Show gewesen sein? Es ist faszinierend zu denken, dass eine scheinbar kleine Entscheidung solch einen nachhaltigen Einfluss auf ihre Karriere haben könnte. Andere Gäste haben sicherlich auf der Show weiter an den Grenzen gerüttelt, dennoch schien Lolas Karriere unverhältnismäßig unter diesem Vorfall zu leiden. Von einer so einflussreichen Plattform wie der Toe-Night-Show ausgeschlossen zu werden, war keine geringfügige Hürde. Ihre Auswirkungen zogen sich durch ihre ansonsten blühende Karriere. Diese Episode bleibt im Dunkeln gehüllt. Hatte Lolas gewagte Garderobenwahl an diesem Abend wirklich dazu geführt, dass sie von einer der begehrtesten Bühnen im Showgeschäft ausgeschlossen wurde? Die Geschichte bleibt im Raum stehen. Eine leise Vermutung in den Annalen der Unterhaltungsgeschichte. Nummer 4 Karriereauswirkungen Lola Falanas plötzlicher Abgang aus der Toe-Night-Show Ende der 70er Jahre hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf ihre Karriere. Die mysteriösen Umstände um ihre Abreise befeuerten Spekulationen und verliehen der Situation eine Aura des Geheimnisvollen. Über den Verlust des Rampenlichts hinaus störte diese unerwartete Wendung die Verbindung von Lola zu ihrem Publikum und bremste ihren Schwung während einer entscheidenden Phase des Wandels in der Unterhaltungsindustrie. Die Abwesenheit von einer so prominenten Plattform wie der Toe-Night-Show beeinträchtigte nicht nur Lolas Sichtbarkeit, sondern behinderte auch ihre Fähigkeit, sich in der sich entwickelnden Showbiz-Landschaft zu behaupten. Es markierte einen entscheidenden Moment in ihrer Karriere und erforderte Reflexion und Anpassung angesichts unvorhergesehener Herausforderungen. Nummer 3 Die Rolle von Johnny Carson Der rätselhafte Einfluss von Johnny Carson auf Lola Falanas Verbannung aus der Toe-Night-Show bleibt ein zentrales Geheimnis. Als König des Late-Night-Fernsehens erstreckte sich Carsons Einfluss über den Bildschirmscharme hinaus und spielte möglicherweise eine Rolle hinter den Kulissen beim unerwarteten Abschied von Lola. Die unbeantwortete Frage steht im Raum. War Lola unbeabsichtigt in Carsons komplexem Netzwerk von Einfluss verstrickt? Nummer 2 Gefangen im Kreuzfeuer Lola Falanas enge Freundschaft mit Wayne Newton, mitten in seinem Streit mit Johnny Carson, fügte ihrer Karriere Komplexität hinzu. Der hochkarätige Konflikt beeinflusste Lola und warf Fragen nach Schuld durch Verbindung und den verschwommenen Grenzen zwischen Freundschaften und Branchenrivalitäten auf. Beim Navigieren der komplexen Dynamik von Showbiz-Allianzen fand sich Lola in einer Situation verstrickt, die über die Bühne hinausging. Lola Falanas Weg nahm nach der Toe-Night-Show-Episode eine tiefgreifende Wendung, als sie 1987 mit der lebensverändernden Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert wurde. Indem sie den Katholizismus annahm, fand Lola spirituelle Stärke und wurde zu einem Leuchtfeuer der Widerstandsfähigkeit. Ihre triumphale Rückkehr auf die Bühne im Jahr 1989, trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen, unterstrich ihre transformative Reise. Lolas Geschichte, geprägt von Ruhm, Herausforderungen und einem tiefgreifenden spirituellen Erwachen, dient als kraftvolle Erzählung von Durchhaltevermögen und dem anhaltenden menschlichen Geist. Welcher Aspekt der Lola Falanas Geschichte hat sie am meisten fasziniert? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben. Wenn Sie mehr Videos sehen möchten, die wir gemacht haben, klicken Sie auf eines auf dem Bildschirm oder werfen Sie einen Blick auf den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.